So, das ist 20. Folge Roblox und ich muss das Video einfach beenden, weil es hat mich sowieso hart aufgeregt. Ich sitze hier schon seit knapp 10 Minuten an dieser blöden Stage. Mittlerweile ist hier schon ein anderer dazu gekommen, wie man schon sehen kann. Jetzt komm, 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 komm. Ja, Mann. Ich warte auf den Typen. Nee, 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 ich warte lieber nicht. Weil ich weiß nicht, was da hier alles macht. Vielleicht tut er mich hier ja noch drängen und falle ich hier runter und äh, äh. Darauf habe ich echt keine Lust. Dafür bin ich mittlerweile ein bisschen zu weit gekommen. Ich meine, ich bin jetzt der Stage 20 gekommen. Aber ab hier kann ich auch kurz warten. Oder auch nicht. Und Stage 20. Und Stage 20. Na gut, das hier ist noch relativ einfach. Und mit einer Wort, nur wieder relativ einfach. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch Leute, die sich das nicht schaffen. Und wir sind Stage 21. Aber Stage 20 hat eben gepasst zur Folge 20. Und ich weiß nicht, was ich zu... Äh, wo... Wo geht's denn da weg gelang? Cool. Nein. Okay, Leute, das war jetzt ein Fehler von mir. Naja, kann passieren. Sollte ich ab hier auf irgendwen warten? Ich meine, ich bin schon Stage 20. Ich meine, ich bin schon Stage 20. Fuck. Mann. Wie geht das, dass man mitten in der blöden Luft stirbt? Ich gehe mal kurz da hin, um zu gucken, ob es ähm... Hä? Ich wollte eigentlich nur gucken, wie es nur weitergeht, aber weil, wenn das ja auch richtig ist... Oh. Okay, ich würde, ich schätze mal, links. Und das war sogar richtig. Okay, was muss man hier machen? Also einfach nur jumpen. Und diese Dinger nicht berühren, nehme ich mal an. Und sonst steht es 25 und ich bin schon hier. Und diese Stage regt mich irgendwie auf. Weil das Gelbe echt eklig aussieht. Oh nein. Wieso hängt das an dauernd jetzt? Was ist denn los? Habt ihr das auch, Leute? Falls ihr Warblocks auf dem Handy spielt. Okay, was ist mal hier lang? Ah, hier hin. Alles klar. Ich könnte jetzt schummeln, aber ich mache es nicht. Aber so weit bin ich noch nie gekommen. In irgendeiner Stage. Also bin ich schon. Jetzt lügen wir aber jetzt nicht. Hier, ich würde es kurz konzentrieren. Fuck. Egal, jetzt weiß ich aber, man kann auf Regal, dann da und dann. Okay. Habt einen Plan. Geh nochmal hier weg, ey. Oder mach mir nach. Ich sterbe schon wieder einfach. Egal, Leute. Ich tue jetzt ganz kurz skippen, also cutten, bis ich an einem bestimmten, äh, ach, seht ihr gleich. So, jetzt bin ich an der Stage, wo ich, ähm, bin wollte und wir haben es geschafft. War ein bisschen schummeln, aber, naja. Ihr denkt bestimmt alle schon, ich hätte diese Stage schon gespielt, oder? Aber nein, hab ich nicht. Ich hab nur halt immer gelöst. Was ist das denn für ein Lüftungsschacht? Ist das überhaupt den richtigen Weg? Nein, es ist eine Gasse im Sack. Oh, ich hasse Labyrinthe, ey. Aber wir haben hier einen richtigen Weg gefunden. Ich bin draußen. Und wir haben Stage 28 und hier steckt man. Okay, das ist eine Elektrozone. Das hätte ich mir aber eigentlich schon denken können. Hm. Wir sollen irgendwas finden. Vielleicht sind wir drausspringen. Ja, hier. Ist doch nichts, ähm, komisch. Sollen wir einen Weg finden? Ähm, ja. Wir sollen einen Weg finden. Aber ich finde hier keinen Weg. No. Vielleicht hier hochklettern, geht das? Na gut, wir sehen uns gleich wieder in Folge 21. Na gut, wir sehen uns gleich wieder in Folge 21.